Die Impfstoff-Synthese Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Die Impfstoff-Synthese Die Impfstoff-Synthese Die Impfstoff-Synthese Die Impfstoff-Synthese was in gottes namen ist das hier ja 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 Oh, was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten, ich wäre noch nicht zu dir vorgedrückt. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkauf die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Jill, wisst du was? Carlos? Dir geht's gut. Ich halte für dich Ausschau. Gute Idee. Pass auf! Mars Gesellschaft! Pass auf! Pass auf! Ich schicke dir den Kran. Kletter daran hoch. Oh nein. Komm schon. Komm schon. Jill, bleib zurück. Jetzt stell drauf. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen. Okay. Ich treffe dich weiter vor. Nikolai, wo bist du hin? Ich muss den Impfstoff zurückbekommen. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen. Ich werde den Scheißkerl einschmelzen. Erledigt. Gib mir den Impfstoff, du gieriger Mistkerl. Nein, 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 nein. Du bist Geld wert. Ich mag Geld. Das wird eine lange Partnerschaft. Runter mit der Waffe. Ja. Hast du hier sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert. Aber, du weißt, wie es ist. Die Stadt wird hochgejagt. Leben sind unbezahlbar. Viel Glück! Nikolai! Jill! Schnapp dir Nikolai! Er hat den Impfstoff! Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon. Ich pack das schon. Klar tust du das. Hör zu. Nur, dass du es weißt. Das ist das letzte Mal. Ausgabe haben wir geöffnet. Das gefällt mir schon besser. Kühlvergang in Garnikus. Bitte die Stromquellen reaktivieren. Mist! Sie braucht Strom! Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Was? Noch zwei Stromquellen aktivieren. Noch eine Stromquelle aktivieren. Ich bring dich gleich wieder zu Boden. Ah! Alle Stromquellen aktiviert. Gerät wird gestartet. Ich weiß nicht, wie man dich erledigt! Oh! 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 Kommt schon! Das nächste Mal! Das nächste Mal! Vergiss dich einfach! Ah! Ah! Den bin ich los. Was? Ich darf Nikolai nicht mit dem Impfstoff entkommen lassen. Ich hoffe, Carlos konnte ihn aufhalten. Ich kann ihn noch einholen. Oh nein. Hörst mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du grad getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir befohlen, Umbrella auszuschalten. Zehn Minuten bis zum Raketeneinschlag. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu geben. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Schill! Erschieß ihn! Ich kann nicht! Ich treff dich! Mach schon! Du musst einfach! Es geht nicht anders! Erschieß ihn! Sie wird's nicht tun! Sie wird's nicht tun! Er hat es nicht in sich! Geh! Geh! Carlos! Nein! Ich wusste, du kannst nicht abdrücken. Ich kann ihn noch einholen. 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 Oh nein. Hörst mich nicht auf. Habt ihr das hier versprochen, oder? Nein! Hast du eine Ahnung, was du grad getan hast? Weiß nicht. Mir egal. Mein Klient hat mir bevollen, Umbrella auszuschalten. Zehn Minuten bis zum Raketeneinschlag. Die Rakete wurde gestartet. Zeit zu geben. Leb wohl, Miss Valentine. Schade, dass du nicht hören wolltest. Ich kann nicht. Ich treff dich. Mach schon. Du musst einfach. Es geht nicht anders. Carlos! Hey. Ich sag doch, ich lass dich nicht allein zurück. Das wär einfach zu grausam. Was ist mit dem? Wieso das alles? Es gibt für alles einen Preis. Selbst die Welt brennen zu lassen. Für wen arbeitest du? Ich sag's dir, wenn du mich herausbringst. Ich bezahle, was immer du willst. Du bist ein Narr. Du bist ein Narr! Wenn ich sterbe, erfährst du die Wahrheit nie. Ein paar Ermittlungen machen mir nichts. Ich war mit der Überraschung. Ich habe kein Drogen. Ich versuche, wenn ich einen Drogen bin. Ich habe einen Drogen. Ich werde es zuerst maneuverieren. Ich habe 1,4-4-5-6-5-5-15-18-3-6-5-5-8-6-6-1-6-8-6-6-0-6-6-6-6-6-6-6. Jill, ist alles okay? Da ist sie. Es ist endlich vorbei. Bis dann, Raccoon. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hetze der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tod war kein Virus. Es war Gier. Menschlicher Gier. Da fasste ich einen Entschluss. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ich erledige sie. Ein für alle Mal. Bis dann. Bis dann. Amen. 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 Amen.